Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier Stadion, Sie sind ein Befehl zu widersetzen! Oh, weiß ich das einfach genau! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier was ist! Die gesamte Generalität ist den Zweite als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feindlinge? Verweiß ein Fassader! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schnelles des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lachen, wenn man Messer und Gabel hält! Daher lange hat das Militär-Malle-Aktionen nur behiefert! Es hat wie gehen und nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um dann alle Hörer-Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aufs Messer-Stand, den Zerrapper erobert! Verräter! Von allem an von Arjen bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das nicht bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Dann sind Sie bei Sie wohl! Vielen Dank.